Die Nachrichten des Tages, heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Bildungsgipfel wird zum Streitgipfel. Viele bleiben fern, andere fordern, dass der Kanzler die Bildung zur Chefsache macht. Von allem zu wenig, sagt die Wehrbeauftragte über die Bundeswehr. Vom Sondervermögen sei noch kein Cent bei der Truppe angekommen. Erschütterndes Verbrechen. Die zwölfjährige Luise ist offenbar von zwei fast gleichaltrigen Mädchen erstochen worden. Beide haben gestanden. Zwei Tage Bildungsgipfel in Berlin. Damit will die zuständige Ministerin Stark-Watzinger einen neuen Impuls setzen. Allerdings haben fast alle ihrer Kollegen und Kolleginnen aus den Ländern aus Protest abgesagt. Und ein starkes Bündnis aus Stiftungen, Verbänden und Gewerkschaften fordert direkt einen Gipfel mit dem Bundeskanzler. Die Misere an den Schulen ist riesig. Es fehlen Zehntausende von Lehrern. Viertklässler können mitunter weder richtig lesen noch rechnen. Jedes Jahr verlassen Zehntausende Jugendliche die Schule ohne Abschluss. Dazu kommt zum Teil eine desolate Ausstattung. Stichwort Turnhallen und Toiletten. Und der digitale Umbau des Unterrichts verläuft mehr als schleppend. Christiane Hübscher. Es ist eine Blamage für die Bundesbildungsministerin. Aus den Ländern sind nur die Berliner Bildungssenatorin und ihr Hamburger Kollege der Einladung gefolgt. Viele Stühle bleiben leer, als Stark-Watzinger ihren Bildungsgipfel eröffnet. Mit der altbekannten Zustandsbeschreibung. Wir sind nicht da, wo wir sein müssen und wo wir sein wollen. Wir brauchen eine bildungspolitische Trendwende und beginnen wir sie doch auch gemeinsam. Einer von denen, die gar nicht erst nach Berlin gefahren sind, ist der Kultusminister aus Sachsen. Er begründet seine Absage so. Wir machen das nicht, ohne dass wir nicht eine konkrete Agenda haben, sondern nur eine lapidare Einladung zu einem sogenannten Bildungsgipfel, wo die Themen nicht klar sind, wo die Zielstellung wenig klar ist. Und ich hätte mir da schon von der Bundesbildungsministerin erwartet, dass sie so etwas besser vorbereitet. Wer jetzt glaubt, nicht mit am Tisch sitzen zu müssen, dass wir zusammenarbeiten, ich glaube, das ist das falsche Signal. Auch an dieser Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen müssen jede Woche viele Unterrichtsstunden ausfallen. Und die Schulleiterin fühlt sich von der Politik nicht genug gehört. Die Gebäude, das ist die eine Sache, aber das fehlende Personal ist die andere Sache. Wenn man das nicht jeden Tag sieht und miterlebt, wird einem, glaube ich, nicht klar, was hier wirklich fehlt. Und ich glaube, das ist es einfach. Man ist zu weit weg von der Realität. Die FDP-Ministerin winkt heute ab, als die SPD ein 100 Milliarden Sondervermögen für Bildung fordert. Frust bei Gipfelteilnehmern. Was mich am meisten ärgert, ist tatsächlich, dass die große Aufbruchsstimmung, die ja da war im Ampelvertrag, wir machen einen neuen Bildungsaufbruch, dass die komplett verloren gegangen ist. Einziges Ergebnis dieser Veranstaltung bisher, eine Bund-Länder-Taskforce soll gegründet werden. Und heißen soll sie Team Bildung. Theo Kohl in Berlin. Wie berechtigt ist die Kritik an dem Gipfel und der Ministerin? Nun, ich glaube, es ist wie so oft. Die Kritik ist einerseits berechtigt und gleichzeitig bedauerlich kurzgesprungen. Berechtigt ist die Kritik, weil ein blockierter Bildungsgipfel eine verschenkte Chance ist. Und solche Veranstaltungen und ja auch die einhergehende Aufmerksamkeit, die kann nicht ständig einberufen werden. Angesichts der Dramatik der Bildungsprobleme und angesichts der dringend nötigen Verbesserungen hat Frau Stark-Watzinger hier der Sache eher einen Bärendienst erwiesen. Gleichzeitig aber müssen sich die ferngebliebenen Bildungsminister und Ministerinnen der Länder vorwerfen lassen, dass sie die unzureichende Gipfelvorbereitung politisch genutzt haben, um die Bundesbildungsministerin durch Blockade zu blamieren. Und der Ruf nach einem Sondergipfel mit dem Kanzler und dem Ministerpräsidenten, der hat auch etwas Unreifes. Wenn ein System so marode und zugleich so wichtig ist, dann muss doch alles für Verbesserung getan werden. Auch auf der Ebene der Bildungsminister und auch auf einem schlecht vorbereiteten Gipfel. Die Einschätzung unseres Hauptstadt-Korrespondenten. Dankeschön, Theo Koll. Gerne. Die Bundeswehr hat von allem zu wenig. Ein Satz, der sitzt. Von der Frau, die wissen muss, wie es um die Truppe bestellt ist. Eva Högl, Wehrbeauftragte und damit Stimme der Soldatinnen und Soldaten. Auf über 160 Seiten hat sie im neuesten Wehrbericht alle Mängel, Sorgen und Nöte zusammengetragen. Unsere Kasernen sind Land auf, Land ab. Ich sag's nochmal so deutlich, in einem erbärmlichen Zustand. Es fehlt an Unterkünften, funktionierende Toiletten, saubere Duschen, Spindehallen, Sportanlagen, Truppenküchen, Betreuungseinrichtungen, Munitionslager und Waffenkammern. Und nicht zuletzt auch WLAN. Auch die Ankündigung des 100 Milliarden Sondervermögens macht's nicht besser. Nachbestellungen und Neubeschaffungen bleiben weiterhin die Achillesferse deutscher Verteidigungspolitik. Wir haben jetzt ein Jahr nach der Zeitenwende Rede von Olaf Scholz. Warum dauert es so lange, bis wir Hobbitzen nachbestellen, bis wir Kampfpanzer nachbestellen? Wir reden seit vier Jahren über Munitionsmängel. Das kann doch alles nicht wahr sein. Die Militärhilfe an die Ukraine hat zusätzliche Löcher in den Bestand gerissen. Panzer, Raketenwerfer, Flugabwehr sind jetzt Mangelware. Weiteres großes Problemfeld, das Personal. Der Truppe fehlt der Nachwuchs. Bis 2031 soll die Bundeswehr auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten wachsen. Im letzten Jahr lag die Ist-Stärke bei exakt 183.051. Auffällig, 27 Prozent aller Bundeswehr-Berufsanfänger quittieren innerhalb der Probezeit ihren Dienst. Ganz entscheidend halte ich es, die Rahmenbedingungen in der Bundeswehr zu verbessern. Material, Personal, Infrastruktur, das ist das ganz Entscheidende. Dann entscheiden sich Personen auch für die Truppe. Eine Bundeswehr im Alarmzustand, auch wegen all der Mängel. Das hat der Wehrbericht wieder einmal eindringlich vor Augen geführt. Aufhorchen lässt ein Zwischenfall über dem Schwarzen Meer. Offenbar ist ein russischer Kampfjet mit einer unbemannten amerikanischen Drohne kollidiert. Der Vorfall ereignete sich wohl im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer, das sowohl an Russland als auch die Ukraine grenzt. Die amerikanische Drohne des Typs Reaper sei nach der Kollision absichtlich zum Absturz gebracht worden, berichten die US-Streitkräfte. Claudia Bates in Washington. Wie brisant ist das? Zunächst mal betonen die USA, dass das kein ganz ungewöhnlicher Vorgang sei. Solche Begegnungen im internationalen Luftraum, die kommen schon vor. Aber hier handele es sich doch um eine ungewöhnliche Provokation der russischen Piloten. Denn die Drohne, Sie haben es schon gesagt, war im internationalen Luftraum unterwegs, hätte dort eine Routineoperation durchgeführt. Die russischen Piloten hätten dann zunächst Kraftstoff über der Drohne abgelassen und sie eben schließlich gestreift, wodurch sie von den Amerikanern vom Himmel geholt werden musste. Und das ist tatsächlich ein einmaliger Vorgang. Die USA machen sehr deutlich, dass Russland hier mit Absicht gehandelt habe und verurteilen das sehr scharf. Ich möchte mal die Worte aus der Erklärung zitieren. Die USA bezeichnen es als inkompetent, als unsicher, als unprofessionell. Und sie warnen davor, dass solches aggressives Vorgehen eben zu Fehlkalkulation führen könnte und dadurch zu ungewollter Eskalation führen könnte. Die Frage ist jetzt, wie Russland sich dazu stellt und dann, wie die Amerikaner, wie die US-Regierung dann darauf reagiert. Bisher war Präsident Biden immer sehr und offen daran gelegen, nicht zu eskalieren. Wir gehen davon aus, dass das auch hier der Fall sein wird. Bisher hören wir, dass das US-Außenministerium zunächst mal mit den russischen Kollegen Kontakt aufnehmen wolle und die Sorgen zum Ausdruck bringen wolle. Dankeschön, Claudia Bates, live aus Washington. Zurück nach Deutschland. Hier fehlt es im Gesundheitswesen seit langem an Geld und Personal. Heute hat Verdi zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Rund 13.000 Beschäftigte aus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und dem Rettungsdienst legten in mehreren Bundesländern ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 500 Euro im Monat. Die Arbeitgeber bieten schrittweise 5 Prozent und eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. Wer im vergangenen Jahr ein Auto gekauft hat, musste tiefer in die Tasche greifen. Autos sind teurer geworden. Der Grund dafür die steigende Inflation und das knappe Angebot durch Lieferengpässe. Die Folge, VW hat weniger Autos verkauft, den Gewinn aber trotzdem gesteigert. Um sich für die Zukunft aufzustellen, will VW massiv in E-Mobilität investieren. Fabian Köhler berichtet. Zum ersten Mal präsentiert er die Jahresergebnisse des Konzerns, VW-Boss Oliver Blume, seit rund sieben Monaten am Steuer. In dieser Zeit hat er den Kurs an vielen Stellen korrigiert. Zunächst erstmal haben wir ein sehr solides Jahr hingelegt. Berücksichtigt man die ganzen externen Herausforderungen, die wir im letzten Jahr hatten. Ukraine-Krieg, aber auch die Störungen im Lieferantennetzwerk, Corona-Shutdowns in China. Wir haben nach wie vor Herausforderungen und haben aber einen klaren Plan dafür und deshalb blicken wir zuversichtlich in das Jahr 2023. Um 22,5 Prozent steigert Volkswagen im vergangenen Jahr den Gewinn auf insgesamt 2,65 Milliarden Euro. Und das, obwohl der Fahrzeugverkauf um 6,8 Prozent abnahm. Man hat halt eben keine Rabatte mehr weitergegeben an die Kunden, weil einfach die Nachfrage so hoch war und das Angebot so gering, dass man die Autos zu einem sehr teuren Preis verkaufen konnte. 180 Milliarden Euro will VW in den nächsten Jahren investieren, darunter eine Batteriefertigung in Kanada. Der Volkswahlenkonzern hat in Nordamerika noch viel Potenzial. Wir haben aktuell 4 Prozent Marktanteil, wollen das deutlich steigern und deshalb unternehmen wir diese Aktivitäten. Die Subventionen, die es dort in Nordamerika gibt, unterstützen das natürlich und machen dann Vorhaben deutlich wirtschaftlicher. Der größte Absatzmarkt aber bleibt China. Rund 35 Prozent der VW-Fahrzeuge werden hier abgesetzt. Würde das Geschäft einbrechen, hätte VW ein Riesenproblem. So wird in China das Elektroauto ID.3 schon zum halben Preis verkauft, um konkurrenzfähig zu bleiben. Jetzt zu einem Verbrechen, das selbst erfahrene Ermittler erschüttert. Am Samstag kam eine Zwölfjährige in Freudenberg, Nordrhein-Westfalen, von einer Freundin nicht nach Hause. Am Sonntag fand die Polizei ihre Leiche. Heute gaben die Ermittler bekannt, dass das Kind wohl von zwei fast gleichaltrigen Mädchen getötet wurde. Anselm Stern. Das Leben von Luise aus Freudenberg endet nach nur zwölf Jahren, auf grausame Art und Weise in einem Wald. Sie wurde ganz offenbar umgebracht von zwei Mädchen, die sie kannte. Nach dem Ergebnis der Obduktion ist das Kind infolge zahlreicher Messerstiche und des hierdurch ausgelösten Blutverlusts verstorben. Zwölf und 13 sind die beiden mutmaßlichen Täterinnen. Gestern haben sie die Bluttat gestanden, sitzen nun in einem Jugendamt. Sie bleiben straffrei, so will es das Gesetz. Kinder unter 14 Jahren sind laut Strafgesetzbuch schuldunfähig. Deswegen können sie nicht angeklagt, nicht bestraft werden und zwar völlig egal, was sie getan haben. Für sie ist auch nicht die Staatsanwaltschaft, sondern ausschließlich das Jugendamt zuständig. Und das kann als schärfste Maßnahme beantragen, sie in einem Erziehungsheim unterzubringen. Die drängende Frage, was genau passiert ist, die drängende Frage nach dem Motiv für die schreckliche Tat, bleibt heute offen. Sie müssen das eben immer auch am kindlichen Alter der Tatverdächtigen messen. Und das, was für Kinder möglicherweise ein Motiv ist für eine Tat, würde sich einem Erwachsenen unter Umständen nicht erschließen. Keine Angaben zum möglichen Motiv, Trauer und Fassungslosigkeit in Freudenberg und darüber hinaus. Es ist unvorstellbar und kaum auszuhalten, dass Kinder zu solchen Taten fähig sein sollen. Die geschilderten Details lassen uns erschaudern und lassen uns auch fassungslos zurück. Heute waren erneut viele Polizisten rund um den Tatort unterwegs. Sie suchen nach der Tatwaffe, nach dem oder den Messern, mit dem zwei Kinder ein anderes Kind getötet haben. FIT for 55, FIT für 55, so heißt das Klimaprogramm der Europäischen Union. Damit will sie bis zum Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Energiesparen lässt sich zum Beispiel im Gebäudesektor durch Sanierung von Altbauten. Darauf will das Europaparlament die Mitgliedstaaten verpflichten. Gunnar Krüger berichtet. Altes Haus, hohe Heizkosten. Käufer und Mieter sehen das auf dem Energieausweis. Ihn will die EU-Kommission nun europaweit harmonisieren und Häuser der untersten Effizienzstufe zuerst modernisieren. Dieses Prinzip übernimmt heute die Mehrheit im Europaparlament. Wenn es da eben jetzt für jeden Mitgliedstaat die Pflicht gibt, diese Gebäude anzugehen, dann sorgen wir für niedrigere Heizkosten, höhere Wohnqualität und wir erreichen die Klimaziele. Doch da endet die Harmonie. Der Sanierungszwang sei unnötig, sagen Konservative. Europa hat eigentlich seine Hausaufgaben in der Form gemacht, dass die Pariser Klimaziele eingehalten werden. Warum jetzt noch im Detail in die Gebäude hinein regulieren aus europäischer Sicht? Hier müssen Mitgliedstaaten und Parlament sich noch einigen, was ihnen bei einem anderen Klimagesetz schon gelungen ist. Mehrheit am Mittag für die Lastenteilungsverordnung. Dahinter stecken verschärfte Einsparziele bis 2030. Im Straßenverkehr, beim Heizen von Gebäuden und in der Landwirtschaft. Das bedeutet, dass Deutschland seine Anstrengungen in den Sektoren, die nicht vom Emissionshandelssystem erfasst sind, um Treibhausgase zu reduzieren, deutlich erhöhen muss. Deutschland und andere müssen 50 Prozent CO2 einsparen, weil sie wirtschaftsstärker sind. Rumänien etwa muss nur 12,7 Prozent runter, Bulgarien 10 Prozent. Zusammen zeigen beide Gesetze, der Klimaschutz wird unbequemer. Ich glaube, wir kommen im Moment an den Punkt, wo es für den Einzelnen, für jede Bürgerin und jeden Bürger fassbar wird. Bleibt es auch bezahlbar? Das fragen sich Hausbesitzer, die modernisieren müssen. Secondhand liegt im Trend. Der Handel mit gebrauchter Kleidung, Büchern und Möbeln wird immer beliebter, meldet das Statistische Bundesamt. Mit dem Verkauf von gebrauchten Sachen erzielten Privathaushalte 2021 durchschnittlich 35 Euro im Monat. Eine wichtige Rolle spielen Online-Verkäufe, die 15 Prozent der Bevölkerung nutzen, um gebrauchte Waren anzubieten. Zum zehnten Mal in diesem Winter ziehen schwere Unwetter über den US-Sonnenstaat Kalifornien. Am Freitag erst war ein Deich gebrochen und die nächste Sturmfuhrfront ist schon angekommen. Viele Regionen in Kalifornien sind überflutet, heftig und lang anhaltende Niederschläge haben Flüsse über die Ufer treten lassen. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen und ein Ende ist nicht in Sicht. Auch für die kommenden Tage sind Unwetter angesagt. Und jetzt zur Fußball-Champions-League, Norbert, da dürfen die Fans aus Frankfurt morgen nicht ins Stadion. Ja, die Präfektur Neapel hat das so angeordnet, um Fan-Ausschreitungen zu verhindern. Eine sehr umstrittene Entscheidung. Heute hat UEFA-Präsident Alexander Ceferin gegenüber dem ZDF das Ganze als untragbare Situation bezeichnet und Konsequenzen angedroht. Aus Sicherheitsgründen hatte zunächst das italienische Innenministerium die Anreise der deutschen Fans untersagt. Nach erfolgreichem Einspruch der Eintracht sagte dann die örtliche Präfektur keine Tickets für Fans mit Wohnsitz Frankfurt. Dagegen hatte der Verein keinen Erfolg und bekommt heute Unterstützung von UEFA-Präsident Ceferin. Es geht nicht, dass die italienischen Behörden entscheiden, dass deutsche Fans nicht zugelassen sind. Diese Situation ist untragbar und wir müssen dringend etwas dagegen tun. Wenn so etwas passiert, wird dort nicht gespielt. Ganz einfach, wir werden die Regeln ändern. Nach dem neuerlichen Verbot gegen die Eintracht-Anhänger hat der Verein inzwischen auf alle 2700 Karten verzichtet. Und dennoch werden morgen hunderte Eintracht-Fans in Neapel erwartet. Ja, relativ problemlos dagegen sind die Leipzig-Fans in Manchester angekommen. Heute Abend RB gegen City. Im Achtelfinal-Hinspiel hatten die Sachsen dem Favoriten immerhin ein 1 zu 1 abgetrotzt. Nun muss Leipzig aber Manchester besiegen, um weiterzukommen. In Abwesenheit seiner erneut ausfallenden Offensivkraften Kunku passt es Trainer Marco Rose gut, dass Timo Werner mit seinem Treffer gegen Gladbach gerade wieder Selbstvertrauen tankte. Denn auch beim englischen Meister will er offensiv agieren. Wenn wir uns hinten reinstellen, dann wird es irgendwann klingeln. Unser bestes Spiel diese Saison würde auch ganz gut passen. Wie stark die Leipziger dann sein können, weiß Cities-Weltstar De Bruyne ganz genau. Es wird schwer, aber wenn du die Champions League gewinnen willst, musst du die besten Teams in Europa schlagen. Respekt genießen sie also schon mal in Manchester. Nun hat es die FIFA beschlossen. Bei der Fußball-WM 2026 werden nicht nur erstmals 48 Nationen statt bislang 32 teilnehmen, sondern durch einen neuen Austragungsmodus auch 104 statt 64 Spiele stattfinden. Biathlon-Weltmeisterin Denise Hermann-Wick beendet ihre Karriere. Die 34-Jährige war schon als Langläuferin erfolgreich, dann im Biathlon Olympia-Gold in Peking und jüngst bei der Heim-WN in Oberhof Gold im Sprint. Am Sonntag der letzte Auftritt von Deutschlands bester Skijägerin beim Weltcup in Oslo. Und dann steht die Familie im Mittelpunkt, hat sie gesagt. Ja, kann man ja nachvollziehen. Das Wetter bringt Schneeschauer und windig, bleibt es auch mehr gleich von Katja Hornefer. Viertel vor zehn bringt sie Marietta Slomka auf den neuesten Nachrichtenstand. Und wir sind morgen wieder da, wenn Sie mögen. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend noch. Tschüss. Guten Abend. Was ist das zurzeit für ein turbulentes Wetter? Gestern gab es ja zum Teil noch Temperaturen über 20 Grad. Und heute bringt das Tief Flurin gleich mehrere Kaltfronten, die da von West nach Südost über Europa hinwegziehen. Und damit wird es deutlich kälter. Heute Nacht sinken die Temperaturen in Ostfriesland bis plus zwei Grad. Am Alpenrand geht es bis minus drei Grad runter. Und so wird der Regen hier in Süddeutschland im Laufe der Nacht immer mehr in Schnee übergehen. Und auch hier im Westen fällt Schnee. Wie viel davon morgen früh noch übrig ist, müssen wir abwarten. Aber in den Mittelgebirgen wird es in jedem Fall noch mal weiß. An der Nordseeküste gibt es Schneeregenschauer und da können noch einzelne Gewitter dabei sein. Machen sie sich auf Glätte gefasst. Durch Schnee, durch Schneematsch oder auch durch überfrierende Nässe. Morgen ziehen die Schnee und Schneeregenfälle rasch aus Deutschland ab. Und so wird der Nachmittag recht freundlich. Vormittags allerdings kann es noch einzelne Gewitter geben. Im nördlichen Brandenburg oder auch in Schleswig-Holstein bei einem Wind meist aus westlichen Richtungen. Steigen morgen die Temperaturen auf vier bis elf Grad. Danach wird es deutlich ruhiger, sonniger bei Temperaturen von bis zu 20 Grad am Freitag und am Samstag. Guten Abend.